Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Wintertag hier bei Banished. Und wenn ich Wintertag meine, meine ich jetzt den Banished Winter, nicht unseren, weil wir haben zwar Mitte Februar, aber naja, wir hatten eine Woche Schnee. Winter ist das nicht. Winter ist das schon lange nicht mehr. In der letzten Folge haben wir hier die paar Häuserchen gebaut, damit unsere kleinen Einwohner hier auch eine schöne Schlafmöglichkeit haben. Immerhin wollen wir ja, dass sie sich reproduzieren. Was steht in dieser Folge so an? Erstmal, wir haben so gut wie keine Leute, das heißt wir müssen echt gucken und handeln, wie wir sie hin und her schieben. Jetzt habe ich erstmal die Sammlerhütte soweit eingeleitet gehabt in der letzten Folge. Wo ich jetzt feststelle, dass ich sie echt scheiße gebaut habe. Glückwunsch nochmal da an mich. Egal. Dieser Weg wird ein leichter sein. Das sollte schon zu schaffen sein. Machen wir einfach so. Dann mit unseren Leuten hier noch ein bisschen was besseres kriegen für ihre Ernährung, dann bauen wir die Hütten hier. Oder ne, dann bauen wir die Jagdhütte. Ja, guck mal. Ich habe das nur gemacht, damit man das bis hier oben hin verbinden kann. Es hat alles Taktik hier. Es ist alles kalkuliert. Hier gibt es keine Misplays. Hier gibt es nur kalkulierte Sachen. So und nicht anders. Mal sehen, was hier noch so schönes wird. Wir sind jetzt im Jahr 2, beziehungsweise gleich sind wir im Jahr 3. Es könnte sein, dass am Ende des Jahres sogar schon die ersten paar Pfirsiche da sind. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich mag Pfirsiche. Unsere süßen kleinen Pfirsichbäumchen hier. Und das Feld, was gerade noch nicht genutzt wird, weil ich noch nicht genug Leute habe. Und die Werkzeuge. Sehr, sehr gut. Der Holzfäller ist auch wieder zugange. Oh nein. Es ist ein Herzchen wieder weggegangen. Nein. Ich brauche eine bessere Ernährung. Baut den Kräutersammler schneller. Und wir brauchen Fleisch, nicht nur Fisch. Bin ich zumindest der Meinung. Alles andere kann man halt noch nicht traden. Also, ja. Hier sind Kräuter. Nehmt sie euch. Packt sie euch ins Essen. Es sind genug für alle da. Ihr müsst sie essen. Sie sind für eure Gesundheit. Werdet nicht krank. Ich brauche einen Arzt. Ha! Okay, das war jetzt eine Einsicht. Die kam echt... Wunderbar. Hä? Der frisst so... Ich kann es mal leisten. Der frisst so viel. Ne, Moment. Ich mache es doch. Dann... Als nächstes direkt den Arzt. Scheiß auf die Jagdhütte. Vielleicht hilft das Krankenhaus. Ja. Wo zwacke ich denn jetzt wieder einen ab? Aus der Forsthütte werde ich gleich einen abzwacken müssen. So, der Sammler ist fertig. Ein Sammler hierhin. Noch ein Sammler hierhin. Dann sammelt mal. Das kommt nach oben. Priorität Nr. 1. Baut mir ein Krankenhaus. Oh, guck mal. Das halbe Herz ist wieder da. Ich will aber, dass das volle Herz wieder da ist. Baut mir einen Arzt. Eigentlich ist der Arzt, glaube ich, nur dafür da, dass halt... Äh, hier können Siedler ihre Krankheiten behandeln lassen. Ja, halt, wenn sie krank werden bei einer Katastrophe. Aber egal. Ich will einen Arzt jetzt. Mit der Schule warte ich noch einen Moment. Weil die Schule sorgt dafür, dass meine Leutchen einfach nochmal acht Jahre länger nicht arbeiten. Und das wäre jetzt noch kritisch in dieser ersten Aufbauphase. Das will ich noch nicht. Aber ich sollte... ...bei Zeiten einen Friedhof bauen. Ja, ich... Ich glaube nicht, dass du hier sammeln gehst. Hier baue ich einen Mini-Friedhof hin. Nein. Oder hier oben hin. Und dann mit dem Tunnel verbinden. Das wäre nicht für die Idee. Kann ich einen Tunnel dahin bauen? Wobei ein Tunnel auch immer so viel Steine frisst. Ich könnte. Es wird mich nur... ...8... ...7... ...8 und 7 und 6, genau. 76. Jetzt habe ich es. Es wird mich nur 76 Steine kosten. Erstmal nicht. Ja. Will ich eigentlich was anderes hinmachen? Es... Oder ihr lauft dahin. Macht es wie die Tiere und lauft. Bis ich einen Tunnel für euch habe. Hier wären es sogar 80. Egal. 5. Pause. Und egal. Erstmal zumindest. Hier brauche ich auch Steine für. Aber auch erstmal egal. Ich werde den Friedhof spätestens bauen. Spätestens. Wenn ich den Steinbruch baue. Also der Friedhof muss vor dem Steinbruch fertig sein. Weil. In meinen Augen. Ein Steinbruch. Das schlimmste ist. Was du deinen Leuten antun kannst. Weil durch den blöden Steinbruch. Werden dir so viele Leute wegsterben. Ist mir zumindest bis dato. Durch öfteren mal passiert. Weil. Ja. Dann ist halt da ein Steinbruch. Und dann fallen da Steine runter. Und dann sind deine Leute Matsche. Ich glaube hier möchte Industriepark hin. Ja. Wo bleibt das Krankenhaus meine lieben Freunde? Es ist schön. Ihr habt hier alles sauber Platz gemacht. Ihr habt sogar mit. Weiß ich nicht. Mit Farbe euch den Weg umrandet. Hier sind vier Siche. Sie sind so süß. Und dann da kommen die ersten Hölzer. Sehr schön. Aber leider noch kein Ertrag. C'est la vie. Ich brauche mehr Leute. Leute. Wie sieht es hier aus? Ihr wart fleißig. Ihr seid fleißig. Ihr seid fleißig. Ihr seid fleißig. Ihr auch. Gut. Hier ist eine Hütte. Bedient euch. Also. Irgendjemand. Noch zufällig jemanden dazu. Ich könnte den Kräutersammler einfach abzwacken. Ich habe ja erstmal ein paar Kräuter jetzt zum Puffer. Dieses eine Herzchen ist immer noch weg, ey. Das kommt und geht. Finde ich ja nicht so schön. Kann man nichts machen. Nur abwarten und Tee trinken. Jetzt wo ich gerade Zeit habe. Ach du Scheiße. Ja. Was meckerst du? Was? Okay. Das ist jetzt nicht... Da haben wir wieder meine momentane Jahr 2 Knappheitsgeschichte. Ja klar. Neue Hütten. Die nehmen natürlich nicht das, was hier drin ist. Das lassen die irgendwie hier drin und nehmen sich immer wieder was Neues. Eisenvorräte. Ja. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber der Sammler ist jetzt da. Hier hat er denn schon was gesammelt? Ja guckt euch das mal an. Wurzel, Beeren, Zwiebeln. Der ist doch dabei. Hier kommt auch ein bisschen was rum. Guckt euch das mal an. Es ist später Frühling. Es ist... Guck mal hier ist bald Ernte. Also alles halb so schlimm. Ich brauche aber definitiv neue Leute. Damit ich hier sowas wieder voll besetzen kann. Damit die volle Ladung Essen bei euch ankommt hier. Aber erstmal will ich mein Krankenhaus haben. Okay, ich muss dann auch wieder einen abstellen als Arzt. Aber es muss sein. Und ich muss... Ja, ich muss so vieles. Dieses Spiel. Drei, zwei, eins. Bohnenernte. Jetzt. 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 Endlich. Die Holzhütte ist fast fertig. Sehr schön. Naja, fast fertig ist relativ. Sie sind dabei. Sie sind mehr dabei als... Lustigerweise beim Krankenhaus. Oh, wir wollen lieber eine neue Unterkunft haben. Es ist scheißegal, ob wir krank werden. Nicht wie ein eigenes Haus. Dass ich krank werden könnte und sterben könnte und nicht in diesem Haus leben könnte, ist mir egal. Kommt mir bekannt vor. Gesundheit vor... Äh, nicht Gesundheit vor Lebensstandard. Das wäre ja richtig. Lebensstandard vor Gesundheit. Und da bauen sie wieder die ganzen Böhnchen ab. Was? Ich habe voll Bock auf Bohnen. Hm. Nee. Einkaufen ist nicht mehr. Diese hier einfach alle rüber rennen. Weißt du, hier ist nur Straße hingebastelt. Zwar mehr schlechter als recht, weil hier zwischendurch ein Punkt ist, der nicht Straße ist. Also sie rennen hier einfach alles rüber. Wer braucht schon Straßen, wenn er laufen kann? Wir brauchen keine Straßen. Ich wollte sagen, nehmt das Stück da mit. Es reicht schon, dass ihr hier immer wieder Körbe drauf vergesst. Und Tüte fertig. Und wer zieht ein? Roseville... Nochmal. Roseflin. Khalees und Dickie. Dickie ist ein kleiner Junge. Hm. Klischee. Der kleine Dickie. Der kleine Dickie ist im Übrigen bald 10 und dann jage ich ihn aufs Feld. Dann wird er bald Dünnie genannt. Oh, da ist auch noch ein potenzieller... Da ist noch ein potenzieller Mensch für mich. Sehr schön. Ich sage einfach ein potenzieller Mensch. Das klingt schöner. Jagdhütte. Weil Essen, Essen, Essen ist. Wie sieht's hier aus? Ja, ihr sammelt fleißig, ihr zwei. Wir haben drei potenzielle Leute. Ich hab hier ein Krankenhaus, das braucht nur ein Menschen. Ich hab eine Jagdhütte, die wir drei brauchen. Und ich hab hier die Sachen, die noch ein bisschen aufgestockt werden müssen. Weil das Essen wird echt knapp. Wie sich alle auf die Jagdhütte stürzen. Mach das Krankenhaus zuerst. Hier, das Krankenhaus. Ach, Leute. Macht mich doch nicht wahnsinnig. Macht das doch nicht mit mir. Das gehört sich nicht. Das gehört sich überhaupt nicht. Aber das ist halt dieses, man will schnell vorankommen. Man will einfach schnell vorankommen und deswegen will man am liebsten alles sofort bauen, obwohl man gar nicht die Kapazitäten dafür hat. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Überleg mal. Hier sind zwei Leute, die sammeln Sachen. Hier ist eine Kräutertuse. Oder ein Kerl. Ich weiß es nicht. Kräutermensch. Der sammelt genügend Kräuter, dass alle gesund werden. Vielleicht irgendwann mal. Ich will dieses Herzchen gerne wieder haben. Dann. Dann. Dann im nächsten Winter lasse ich euch einfach alle Steine hacken. Das ist eine sportliche Betätigung für euch. Ich würde die Neuen auch besonders freuen. Gerade euch Feldarbeiter wird das mal gut tun. Schon Erträge. Eh, nur Steine und Holz. Okay. Holz kann ich verstehen, weil das sind Bäume, aber ich weiß nicht, wo die Sterne herkommen. Was ja alles aus dem Boden rausfrisselt hier. Schon erstaunlich mit euch. Na, wie geht's euch? Ah. Amalys ist bald erwachsen. Ihr wünscht euch wahrscheinlich eine eigene Bleibe. Genauso wie hier. Die beiden. Kenda ist erst süße zwei. Genau wie Tremainat. Soll für die Aussprache. Es wird schrecklich klingen. Homery. Homery. Ha ha ha. Ja, was ist denn hier? Ach, Leute. Die Jagdhütte ist doch noch so... ...so weit in der Ferne. Ist das... Funktioniert das? Ja. Das ist nicht mal eine direkte Verbindung. Naja. Mehr schlecht als recht. Aber sollte funktionieren. Oh, der, der, der Umriss. Umriss ist schon mal gut. Das heißt nämlich, dass alle Ressourcen endlich da sind. Ist das nicht ein schön... Ein Arzt umgeben von Bäumen? Ist doch viel schöner, als auf eine Autobahn zu gucken. Oder sonst wohin. Werden haben wir denn hier? Tremainat. Du bist ein Kind. Du bist süße drei und kannst dafür aber echt gut laufen. Das kriege ich dich wahrscheinlich... Ja, so kriege ich dich auch weg. Ich klicke aufs Feld. Das muss ich mir merken. Oh, drei neue Leute. Wohin mit euch? Es ist späte Sommer. Ich packe euch zum Sammler und zum Fischer und zum Förster. Förster? Nein. Fischer. Fischer. Fischer ist besser. Holz haben wir noch. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber wir haben noch 1200 Essen. Wir haben keine Ernte mehr für dieses Jahr. Und der Winternaht. Oh! Oh, der erste Ertrag! Das wird nicht auf 100% kommen. Dafür ist es viel zu wenig... Also viel, viel zu wenig... Viel zu wenig Jahr noch. Aber wir werden dieses Jahr die ersten Firsiche ernten können. Das heißt, im nächsten Jahr wird das ganze Ding... blühen und wir können alles ernten. Yay! Wir haben Obst! Eine weitere Kleinigkeit für unsere Leute zu futtern. Und ich hab noch so viel vor mit denen hier. Noch so viel vor. Ich freu mich schon so sehr. Aber... Blacksmith... Blacksmith... Taverna... Apotheke... Apotheke wäre auch gut. Ach ne. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich will das hier auf jeden Fall. Die Bäckerei. Das. Und das hier. Darauf freu ich mich schon am meisten. Es gibt Honig. Und dann kannst du Kuchen machen. Nimm, nimm, nimm. Kuchen. Und Honig. 16% Ertrag. 17% Ertrag. Oh mein Gott. 100% wird es auf keinen Fall so spät, Sommer. Wobei, wann ist hier sich Erntezeit? Ich hab keine Ahnung. Aber das Krankenhaus ist gleich fertig. Dann können sich die Leutchen auf die Jagdhütte konzentrieren. Und meine Leutchen werden hier vielleicht endlich mal wieder gesund. Ich bin echt kein Fan davon, wenn die da so rumkrüppeln. Gucken wir mal so. Also, also... Der Umriss ist schon mal interessant. Gut. Ich beschwere mich nicht. Architekten haben schon skurrilere Dinge gebaut. Und fertig? Oder geht ihr jetzt nochmal durch die Gegend und macht irgendwas? Fertig. Und einen Arzt. Keine Patienten. Gut. Ich glaube, es ist wirklich so, dass das Krankenhaus nur genutzt wird, wenn eine Epidemie passiert. Aber egal. Wir haben ein Krankenhaus. Das heißt, jetzt kann die Grippe ausbrechen. Bei dem ganzen Regen wird's mich nicht wundern. Als nächstes die Jagdhütte. Da sind sie auch schon zu Gange und am Tragen, am Machen und am Tun. Und die Rohstoffe werden langsam auch wieder gehen zur Neige. Ihr seid fleißig hier, hoffe ich doch. Ihr seid fleißig hier. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Es wird mehr. Und das ist das Wichtigste. Hier noch irgendwas nebenbauen. Also ich werde diese App, äh, diese App. Ich werde diese Mod aktiv nutzen. Auch wenn ich... Ich glaube, das brauche ich danach. Ich bin im Jahr 3. Es muss gebaut werden erstmal noch. Ich brauche noch Iron. Oh, apropos Iron. Leute, es ist Frühjahrst. Schnappt euch die Hacken. Und geht Party machen. Es sind nur Steine hier, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche Iron. Überall nur Steine. Ich brauche Steine. Hier ist Iron. Ernsthaft? Es sind nur Steine hier. Hier ist Iron. Also Eisen. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch die englischen Wörter benutze. Ich hoffe, ihr versteht mich. So, jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viel. Das ist mir egal. Holt mir erstmal das Iron. Also das Eisen. Das habe ich aber auch. Eine einsame Jagdhütte. Männer allein im Wald. So sind die sieben Zwerge entstanden. Ich bin fest davon überzeugt. Aber seht es euch an. Es wächst. Und gedeiht. Mit jeder Folge ein wenig mehr. Und sie haben ein Kind. Und Dickie ist Kräutersammler geworden. Hm. Der kleine Dickie ist jetzt Kräutersammler. Sie werden so schnell erwachsen. Apropos so schnell erwachsen. Wie geht es euch hier? Ja. Ihr seid auch sehr, sehr schnell erwachsen geworden. Wird wohl in der nächsten Folge wieder Zeit für ein paar neue Hütten. Und das ist auch das Stichwort. In der nächsten Folge dann. Wird es dann wieder weitere Hütten geben. Es wird Winter werden. Ich hoffe wir werden überstehen. Weil 1700 Essen ist nicht ganz so viel. Aber sie sind ja fleißig am Angeln. Sie sind ja fleißig zugange. Dass es mehr wird. Hoffen wir einfach mal. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie kriegen wir das hier schon gewummt. Gut. Ich wünsche euch dann soweit noch einen sehr angenehmen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Bis bald.